Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. So, letzte Sache, die ich noch weiß. Wir sind hier in der Katalysation. Hier war ein riesiger Alligator gerade, der aber nur den Schwanz kurz gezeigt hat. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich muss erst mal klarkommen, was ich überhaupt alles habe. Nein, die passt sich nur meinem Slang an. Äh, die 55er verstaue ich. Und die Muni dafür auch. Ja. Ja, das ist perfekt. Gehen wir doch dahin, wo der Alligator war. Ich bin einfach gut drauf heute. Es ist Samstag. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe Bock heute. Das liegt, es könnte sich ändern, sobald ich das erste Mal dann wieder gestorben bin. Aber ich brauche da eigentlich seine Taschenlampe. Wenn man eigentlich was toll fühlt, ist das auf die Ecke dahin. Wo habe ich denn... Woran hat es gelegen? Ja, Juh, wir wollen halt gelegen. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran alles gelegen? Ich sage immer... Na gut, ich sage mal so. Woran alles gelegen? Das sagt man... Nachher natürlich immer, fragt man sich, woran alles gelegen. Und fragt man sich immer, woran alles gelegen hat. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Oh. Scheiße. Rios! Schnell raus da! Aufwand. Ich kann mich nicht so zahlen. Ich kann nur in diese Richtung laufen. Was soll ich denn sonst machen? Okay. Chris, wärst du mal wieder so weit. Das Kommando ist gestorben plus... Also gestorben, Leertasse, Pluszeichen. Ich muss schon laut, hab ich mir fast gedacht. Muss ich da auserstellen, ne? Jetzt hat er irgendwie alles wieder lauter gestellt, hier. Äh... Effekte, genau. Effekte ein bisschen. Dramatik-Bereich. So. Let's die, we'll never die. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Zeig spiele ich Resident Evil und Chris hat wahrscheinlich den Ton ausgemacht und hat gar nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass er das Kommando ausfällt. Ach du Scheiße. Leon, schnell raus da. Das spielen kann ich nicht. Sonst nichts, was soll ich denn machen? Ich schubs mich schon wieder. Soll ich dich mal schubsen? Dann mache ich jetzt halt, äh... Ich wüsste, wo ich sie hingespeichert habe? Da. Einmal. Achso. Geht nicht. Weil ich den Counter nicht angeschaltet habe. Okay. Muss kurz raus tappen. Counter. Entschuldigung, Chris hätte sowieso nicht funktioniert. So. Gestorben. Und nochmal gestorben. Ich könnte die Szene nicht überspringen, da kann ich... Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Entschuldigung! Schub eng later. Macho Alligator. Cardanooth bin ich. Cardanooth... Car. Hallo. Hallo. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Ich will nicht, ob die Dinger schließen. Mal einfach austappen. So zack habe ich angefangen zu spielen, ist der Chat tot. Was ist das oder euch? Gib dir gleich. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an... wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Annette, bin der da. Oh ja, sehr gut. Zweifelsohne Willenswerk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Ada! Sie kriegen das G-Virus nie! Okay. Die Deutschen sind so schrecklich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich würde dir etwas antanken. Leon! Das ist der Part, wo ich mit ihr spielen würde. Ich bin direkt vor der Einrichtung. Und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Ich habe neun Schuss. Nur diese eine Waffe, neun Schuss. Okay, nächste Waffe. Okay. Neun Schuss, das ist echt fucking wenig. Moment. Die ist doch... Die ist hier hin abgebogen. Und ist das diese Metallwand hier? Naja, das ist... Die ist doch hinter der Wand verschoben. Das sieht nicht so aus wie diese Wand. Egal. Vielen halten haben. Zeit für die Spezialwaffe. Muss ich es jetzt anmachen? Oder... Natürlich. Nichts leichter als das. Hm. Ja, kein Lacken. Die hat ganz tolle Geräte. Geradeausch. Nein! Und jetzt? Wieso? Das war mein letzter Schuss. Die Schüsse, die mir wahrscheinlich alle sparen können. Die Schüsse, die ich mitbekommen habe, ne? Warte mal, guck mal. Okay. Oh, da hab ich. Jetzt bin ich aber echt angeschlagen. Und, fällt da einfach einer von der Decke. Die Schüsse, die Alba Abwehr. Jetzt brennt ich mich nicht. Oh, wie viele ich dann heute erleben, ey. Wahnsinn. Oh! Ah! 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 So, und den letzten der ich jetzt rumlaufe, hab ich gar nicht mehr gefunden. Toll. Und die steh auch noch mal auf hier vorne. Toll. Ich weiß wo ich noch hin muss. Oh, zack, ist okay. Ach, das ist Geheimagentin, die kann das ab, glaube ich. Aber, die Frage ist, was ich hier machen muss. Zeigt mir die Karte irgendwas interessantes an? Nö. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Oder muss ich wieder mit meinem tollen Kid... Ja, natürlich muss ich mit meinem tollen Kid... Ja, okay. Ja, ich weiß. Hab ich mitgekriegt. Hab ich mitgekriegt. Was? Nein! Ich wollte doch gar nicht Assistent. Jetzt bin ich im Spielmodus Assistent. Hm, okay. Okay. Zeit für die Spezialwaffe. Hm. Ja. Natürlich. Jetzt sparen wir uns mal ein bisschen Money. mit dem kleinen Zombie. Mit dem kleinen Zombie drüben. Mit dem kleinen Zombie drüben. Ja. 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 Und da hin muss ich ganz hin. Also echt, da muss ich, ich muss einmal rumlaufen. falsche richtung welcher jetzt da hinten ist er Okay. Ja, da war ja auch noch einmal Munition und einmal durch. Zweimal durch, denke ich. Oh, da liest du gerade. Ja, das ist tot. Ich wurde angeknabbert, ja. Böse Zombies. Achso, hier ist die Wand wieder, okay. Boah, ne ernsthaft, der jetzt auch noch? Ähm, was soll ich jetzt hier machen? Was soll ich jetzt hier machen? Ganz ehrlich, hier ist... Ach, jetzt wieder mit meinem Tool, ne? Ja, was soll ich jetzt hier machen? Muss ich nur mit meinem Tool eigentlich suchen wahrscheinlich, ne? Irgendwas? Ja, natürlich. Scheiße, das ist eine Erforderung. Das Tool ist neu für mich, okay? Nee. Und ich darf hier nicht mal runter. Die Situation ist, dass der Typ wieder aufwacht. Oder aufsteht. Da hinten auch, Mann. Was soll ich die ganze Zeit von dem Typ verfolgen, ne? Scheiße. Oh, da steht er, im Dunkeln steht er. Ich hab den echt nicht gesehen gerade. Das hab ich doch extra gerade geändert, verdammt. Ich hab den echt nicht gesehen. Oh so, der guckt jetzt nicht mehr hinterher. Ich hab die Maschine. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber... Ich hab die Maschine. Ich hab die Maschine. Ich hab die Maschine. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber... Ich hab die Maschine weg moderniert. kommen dann anscheinend nicht hinterher. Ich komme anscheinend nicht hinterher, okay. Danke, Dr. Heiß. ID-Armband für Zutritt erforderlich. Ich ahne, das ist doch eine Falle hier oder was? Wunderschön! Bravo! Verbrennen Sie mich jetzt lebendig? Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin ich als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Ja, aber wie kann ich jetzt hier den Strom umleiten? Hier ist nicht eine. Ach, da ist. Ach, da ist eine Stromquelle. Okay, der... Das ist so, ich muss ja auch noch... Hier auch noch drüber. Das Miststück weiß, was sich tut, ja genau. Bitte zurückgeben, ja, ist klar. Hm. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist raus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für G. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hol ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Und du hast auch was dabei zu stecken. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Ja, du hast ihn angeschossen und zurückgelassen. Und da ist er wahrscheinlich ein Bild. Das ist ein Bild. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn.